Stimmt, Lieber, könnte ich auch mal ausprobieren. Ja, das wollte ich auch. Schade, Bro. Da hättest du parringen können, Bro. Mhm. Mhm. Alter, da muss man sich bestimmt fett umgewöhnen, jetzt wegen den Combo-Änderungen. Alter, der hat so viel Pushback, dass der einfach safe ist, überleg mal. Boo. Schade. Ja, das war richtig. Mhm. Ja Nein, Bro Ja, wir können noch auf Time Mode spielen, Bro Ja Du wirst Das ist alles zu Ende krank Direkt Radio Ich mache, ich spiele mal etwas offensiver, weil ich glaube Weil es ist, das dauert zu lange sonst Ja Ja, das wollte ich auch alle Ja Ja, reicht Wieso war das kein Punish Ja 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 Killer Ja Alter Bro alter Bro Was macht das gerade für Damage Tschüss FF 3 Ja also das ist gegen manche charaktere wird das sogar safe sein aber der zweite ist ein high aber kann man da react kann ich halt leider nicht testen was war das für range ja und natürlich krieg ich nichts perfekt er kaum jetzt macht die alle wo ich auf zeit spielen dass wegen zeit verloren ganz einfach also jetzt muss ich stage wechseln level auswahl eine 24 er nehmen ja und dann gucken wegen wo länder sagen wir mal ich mache nicht die die drei elektricks sind so hinten müssten ja trotzdem gehen nein es geht nicht mehr aber schon mal ganz kurz nein das reicht von der range nicht ok ok er ist scheißegal eigentlich zack zack nee da muss ich da muss ich ok jetzt nicht na brother ja genau wie machen wir das da kriege ich keinen gescheiten rollsplit so 89 ja und das problem ist jetzt ja stimmt eigentlich ja dachte ich mir ja dachte ich mir ja nein dann reicht es nicht mehr ähm dann mache ich ja würde dann da auch äh nein gerade nicht ich will den letzten nicht alle ja jawohl 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 ja killwitz geht eigentlich immer noch ja ja und natürlich gibt es den ender und ach so das muss ich auch mal testen also was ich noch testen will ist drei elektricks oder vier elektricks aber wohl er drei sonst trifft nicht drei elektricks hit in gator oh mein gott oh mein gott was ist das für eine connection bro ja was auch immer du das ist das ist das ist das ist das jetzt nicht dein ernst das geht alles durch oder kann der nicht blocken halt alter das ist 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 das bieter ich schwörs euch guckt euch das an was ist das für billig der mit stirbt dafür kassiert das müsste man testen das ist hundertprozentig nicht alles niemals das wäre viel zu op tecken sieben combo die verbindung mit dem ist katastrophe elektrik set-up tekken tag 2 ja hoffen und drück ich da rein ja ja ich frisst ein mix-up nicht bro was ist das für billig damage schade bro ja genau oh nein zurück nicht rückkampf ich hätte fast rückkampf gemacht was soll ich jetzt 1 2 3 da ist er schon ok aber nach zwei elektricks nein aber warte mal geht nicht ja doch ich verstehe es nicht das ist der controller darum kann ich das nicht so geschafft es liegt am controller 6 7 was ist das für damage bro was ist bro man was was ist das für damage bro das war nicht kompletter kombo okay alles klar momentos ich dachte ich habe ihn richtig angeschlossen aber anscheinend nicht okay wartet kurz wartet kurz warte ich muss das kurz fixen der lädt aus irgendeinem grund nicht dass ich nicht gut gleich wieder da Okay. So, jetzt. Ähm, was soll ich jetzt? Brother. Hoffnung. Also das macht 8-7 damage. Na komm. Jetzt für... Alter. Ich wills mal ohne, ohne Roll. Alter, Bro. Scheiß PS5-Controller. Jetzt komm schon. Ja, slow ist. Hätte ich einen PS4-Controller, wäre ich von dem Jahr fertig gewesen, Alter. Brother. Gerade, wo ich die letzte Electric-Combo... was soll. So, 8-7 bars. Das nimmt 12 mehr ab. Nein, ich will so wieviel damage das macht. 9-5. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Ich dachte gerade, ich würde eine andere Kazooja laulen. Achso, das ist der neue Move CD. Soll ich bei dem jetzt flexen und denen zeigen, wie es richtig geht? Achso, das ist ja eine Low. Ja, reicht. Killer Crush. Okay. Ja, direkt vor der Nase. Ja. Achso. OnePlus, achso, der neue. Oder? Ja, was mache ich da? Wie was mit Wild-Selling für 4? Also, überlegt mal, ich hätte jetzt die eine Kombo rausgehauen. Das kann man einfach an der Wand... Und der arme Kassier-Chip-Damage... Solange ich hier lieb bin... Das ist so dumm... Das ist so dumm... Das ist so dumm... Das ist so dumm... Schade. Ja. Vollidiot. An der Wand! Ja, weil er noch okay. Auf Wiedersehen. Zitzen. Mäh! Mäh! Das ist alles. Ach so, ich check mal kurz, wie lang die Aufnahme noch geht. Noch 6 Minuten, okay. Dann Back to Jin. Oder soll ich Revoi machen? Ich überlegs mir noch. Hoorlang, hoorlang, hoorlang. Amateur. Killer Combo. Killer Combo. Vollidiot. Ich Idiot, Alter. Ich hätte einfach launchen können. Das ist einfach legit. Oh mein Gott! Das ist der most broken String in the game! Oh mein Gott! Wahl! Ja, drücke Laser rein! Halte dich. Ja, drücke Laser rein! das ist ja das ist ja nicht mehr witzig das ist so ultra broken ich meine ja man kann man kann man kann hier beteil man kann man könnte den zweiten ducken aber dann wieder ans blocken also hier dazwischen kriegt man kein wild standing 4 und guckt euch das mal an das ist einfach zweimal der gleiche string und er macht 100 damage ohne hit ohne nichts das ist doch bescheuert dass das ist das ist nicht so wie wenn du im neutral mit hollang 33 34 back 4 so diese möchte gern ding combo das ist legit wiff panisch so wie es aussieht ich kann zeit nicht zu 100 prozent bestätigen weil ich den dami hier nicht mal auf block setzen kann also man kann es nicht bestätigen sobald so lange der nicht blocken kann weil der frisst ja alles mit absicht ich müsste einfach meinen kumpel treffen und denen sagen versuch was gegen den string zu machen um die schwächen davon auszufinden aber wenn das tatsächlich so ist dass der als wolf panisch komplett durchgeht ist er trotzdem der most broken string in game bruder ja was versuche ich da von dem muss ich mir jetzt sachen abgucken weil ich schon lust der macht ja ich muss da steppen ja was mache ich da eigentlich ok und jetzt ich halte doch nach hinten wieso hat mich das jetzt alles getroffen chip damage oder was ich dachte davon kann man nicht sterben ich war unten ja hier frisst alter wenn das nicht gilt dann weiß ich auch nicht alter dann weiß ich auch nicht geht doch alter schaffe ich das set noch bevor die zeit um ist eine minute habe ich noch also nicht mit rager oder wenn es nicht reicht dann sorry aber für das nächste video habe ich den charakter dann schon wieder gewechselt ja das hat gewinne ich nicht mehr sorry ja